Wir sind hier an der Tennisbase in Oberhaching zusammen mit Lars Übel. Er ist frisch zurück aus Wimbledon und wir haben die letzte Zeit immer heiß diskutiert und haben uns Folgendes für Tennis Deutschland überlegt. Denn am Wochenende war wieder Verbandsspielrunde. Ich glaube, der ein oder andere hat mit seiner Vorhand und Rückhand etwas zu kämpfen gehabt. Und Lars, erzähl uns doch mal, was wir vorhaben. Ja, schon wie du es gesagt hast, am Wochenende war die Medienrunde und viele Spieler haben erfolgreich gespielt, viele vielleicht nicht so erfolgreich. Das ist immer Ansichtssache bei den Spielern. Genauso geht es bei uns Profis. Manche gewinnen, manche verlieren. Normalerweise verliert jeder einmal bei jedem Turnier, außer Djokovic. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn vielleicht den Kunden von MyBigPoint als Tennisbase oder wir als Coaches helfen und haben gedacht, vielleicht könnten die Spieler, alle LK-Spieler oder Spielerinnen natürlich auch, uns Videos schicken. Und wir würden uns freuen, wenn wir einen kleinen Kommentar dazu abgeben können und so den Spielern vielleicht helfen können. Das heißt, es geht im Endeffekt ganz einfach. Ich muss mein Video aufnehmen, meine Vorhand und Rückhand durch einen Freund, der das dann per E-Mail einfach an uns schickt, an aktion.tennis.de und dann posten wir das und du kommentierst das. Was glaubst du, was da rauskommt oder wo die Vorteile für den Tennisspieler dabei sind? Ja, das muss man ja jeder mal selber wissen, was er von meinem Quatsch, den ich erzähle, dann annimmt. Aber ich glaube, dass genug Expertise bei uns vorhanden ist und dass wir, glaube ich, auch nicht nur Profis helfen können, sondern auch Hobbyspielern vielleicht kleine Tipps geben, die sie mitnehmen können auf dem Tennisplatz und dann in der nächsten Trainingseinheit oder im nächsten Medienspiel oder im Winter dann in der Trainingsphase dann mitnehmen können und verbessern können. Cool. Also jetzt seid ihr gefragt. Nutzt die Chance. Die Expertise von Lars Übel, der normalerweise nur mit Bachir und Gojovczyk und weiteren Profis der Tennisbase hier in Oberhaching unterwegs ist, nutzt die Chance. Schickt uns euer Video und ihr bekommt Feedback von einem Profi-Coach. Viel Spaß dabei! Olha flere Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020